ARD Text im Auftrag von Funk 1 Go Lauf Oh Gott, es regt an zu regnen Scheiße Nein Bro Schnell, in den Birkenwald In den Birkenwald Jaja, ok, also rechts von uns ist... Was? Jemand ist schon tot? Was? Schnell Wie gesagt, du den oberen, du den oberen Ich mach Schwert Scheiße Was? Workband steht, mach du, mach du, mach du Warum? Ich hab jetzt einen Lock Ja, kannst craften Ah, das reicht, ne? Uah, Skelett Bitte, bitte überleben Bro, Skelett Das ist ein Skelett Oh, ey Was? Lol Lol, ja, direkt Ah, Fassi ist tot Hahahaha Hahahaha Zuckerrohr, hier ist Zuckerrohr, komm mit Ja, nimm schnell das Zuckerrohr Ich hol noch mehr Holz, ich hol noch mehr Holz Ich hab noch mehr Holz Leck Warum ist das jetzt Nacht, Alter? Scheiße, ich hab so viel Hunger verloren schon Wo bist du? Ich auch Ich bin oben Da bei dem Baum Da bei dem Baum Alle Monster, Alter Ah, ich seh dich Warte, ich nehm mir Workband mit, wir gehen direkt Höhle Na, Holz, Holz Ja, hab ich Ich hab sechs Locks Okay Bau du nochmal was ab Warte, erst Essen, Junge Ich hab mich richtig Lp-Style machen Ich hol mir schon schnell Stein Oh mein Gott Ich bin so angespannt Also nochmal Locks Mach dein Steinschwerter Ja klar Oh mein Gott Ich zitter so hart Oh Das ist gut zum Jittern, Alter Ja, nein Aber nicht Wenn man Craften möchte Ähm, komm her Ja Ich hab ein Steinschwerter Rekt fertig Warte, ich esse ein Hühner Oh, ich dachte grad Das ist ein anderer Spieler Holy Ach du Scheiße, Mann Wir sind so scheiße angespannt Kann ich mehr rennen? Oh Gott Bro, nein Komm schnell in die Hürde, wenns geht Oh Gott Nein Bro, nein Nein Pizzer nicht Deja vu Deja vu Hier Mach nen Ofen Siehst du mich? Wo bist du? Ja Komm rein Ja, ich würd dir gern schneller kommen Aber Geht ned Mach Ofen Ja, mach ich Komm her Warte, wir bauen erstmal zu Okay Bauen Ofen Hast du ein Steinschwerter für mich? Ja Ja Hier Legt Treppe darunter Geh Hast du Holz? Ja, genug Ein bisschen So Dürfte erstmal reichen Ich bau mal weiter Wir haben den Start überlebt Geh mir mal ein bisschen Holz, dann mach ich mir auch ne Spitzhocke Ich hab dir die Hälfte gedroppt Wir haben grad ultra viele Ne Es sind einfach schon voll viele gestorben, einfach jetzt ne Manche Bro, ich versuche so schnell wie möglich runter zu kommen Geh mir mal ein bisschen Stein Ich hab nicht so viel Kabel liegt Oder Ich hab nen Lag Ja, ich hatte kurz nen Lag hier Ich geb dir immer die Hälfte, ne? Ich hab's nicht eingesammelt, Alter Hä? Ich hab's wieder aufgesammelt, oder? Boah, da ist ne Creeper explodiert Hier ist irgendwo jemand in der Nähe Seh ich nen Namen? Nein, aber da ist grad ein Creeper explodiert Hier Hier Ja Ach du Scheiße Wer ist denn alles gestorben? Kannst du mal nachgucken? Äh, ich grad leider nicht Hä, lag der? Ja Ne Warte mal Alles sagen was passiert, ne? Jaja, mein Vater war eben drin So, passt schon Ach du Scheiße Lol Ey, ich hab, ich kann nicht mehr sprinten Also ich regenerier auch nicht mehr Ja, wieviel Leben hast du? Äh, ja nur eine Was? Da rennt jemand Nein Was? Die Nike Air Lass ihn, lass ihn, lass ihn Ich seh ihn Ist er alleine? Sehen nur Einnahmen, aber sneak bitte Ja, ich sneak dauerhaft Äh, hast du Essen für mich? Ich brauch Essen Ja, da sind zwei Komm Hannes Jackson Geh mich muss fooden Ja, Louis Hier sind zwei Leute Ich kann jetzt nicht aufhören zu sneaken, Alter Scheiße Oh fuck Sehst du sie? Ja, ich seh sie Jetzt Soll ich kurz end sneaken? Nein, nein, gar nicht, Junge Mal kurz warten, dass du ein bisschen weiter wechseln In low life, Alter Ui, das Scheiße Was haben die doch? Irgendwann haben wir safe gehört Oh mein Gott Ich hab so Angst, ne? Ja Oh, was für einen Block gesetzt, Alter Eilige Scheiße Scheiße Fuck, Bro Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt offen zu sneaken sind, sind wir tot, ne? Bro, bau dich weiter runter Irgendwie Ich hab ne Spitzhacke, du Kek Ja, egal, bau dich runter Oh mein Gott Du hast grad einen Sneaker, ne? Mhm Wie viel Leben hast du? Ich hab anderthalb Also Leben Nein Anderthalb Dings bekommen Oh mein Gott Taku's down LOL Weil mir fehlen vier Herzen Ja, okay Gebe ich dir das Essen Scheiße Also Wie viel Herzen fehlen dir? Ja, nur anderthalb Aber ich hab halt gar nichts mehr zu essen Also Ich hab noch anderthalb Hungerbalken Hungerbalken Besonders das startet Instant Ja, dann isst du erstmal was Ich lass dir fragen was Ich hab eins Ich hab eins gegessen, ja Das bin ich Die dürften uns nicht raffen Nur wenn die in unseren Gang kommen, sind wir down, ne? Ich bau mal hinten ein bisschen zu Hast du alles von oben mitgenommen? Ja Bis auf die Workbench Die hab ich da stehen lassen Beziehungsweise ich hab sie eingebaut Hier, Bro Hier, Fude Also so, dass wir halt nicht verrecken An Hunger Ich hab ein Sneak kurz Lass mal dahin gehen Da, wo die Mobs sind Da, da so ein bisschen auf der Höhe Ich hoffe da Oh, Eisen Oh mein Gott Bro Ich stell Ofen auf Direkt unter dir Wir müssen Kohle eigentlich finden Wir müssen Kohle eigentlich finden Alter, viel Eisen Hier zum Stall können wir hinter uns zubauen Ja Ganzes heilig viel Äh, hoffen wir mal Hier nochmal Eisen, lol Lol, was? Und Kohle? Oh ne Wir müssen halt so einen Fake Gang bauen Und das jetzt einfach noch mehr Eisen Schön schön Ähm Ich mach meine Workbench wieder Steht Ähm Wir haben ultra wenig Holz, ne? Müssten theoretisch nochmal direkt wieder an die Oberfläche Ich hab jetzt ne Stein Ich hab jetzt ne Stein Wir haben neun Eisen Ja, ja Kannst du's braten? Ne, also ich müsste halt Holz reinwerfen Das ist der letzte Holzstammel Ja, ist okay Das lohnt nicht Ja, ich hab auch nur noch einen Wir müssen nächste Folge definitiv direkt wieder hoch Oh man Bro, ich seh die Höhle halt, ne? Ja, ja Ey, grab dich mal in die Seiten rein Ey, solang's kein Creeper ist, ne? Du erinnerst dich Schlechte Erinnerung Ich hab die Höhle Ich hab die Höhle Zombie Ich blockhitte Schön, schön Cool, pass auf Bauen wir die Kohle ab Ja, ja Kannst mich decken Ja, ja Okay, gut Ich hab Kohle Also ich hab noch verdorrt das Fleisch Hast du Essen? Äh, nein Ein bisschen? Okay, schade Dann müssen wir erstmal mit verdorrt Boah, das ist viel Kohle Ja, ich seh's schon Das ist sehr gut für uns Sehr gut, sehr gut Boah Junge, ich bin so angespannt Ich bin die ganze Zeit nur am schwitzen Vor Stress Warte, ich hol mal den Ofen, ja? Ja, ich hab... Achso, stimmt Ja, ja, gute Idee, gute Idee Okay Ich hab... Ich hab... Kohle Aber leg dich nicht mit Monstern an Die du nicht klatschen kannst Äh, hier ist direkt auch Kies Scheiße, scheiße Von wo kam ich denn jetzt? Warte, ich helf dir Okay Hast du's? Ne Ah, da, okay Von da Du hast zugebaut Nein, ich möchte wieder zurück in die Höhle Achso Dass wir noch ein bisschen farmen Ja klar Äh, sprint nicht Nicht sprinten Einfach Ja, wir haben halt grad nur verdorrt das Fleisch Äh, nimm mal das Kies mit, wenn du kannst Boah, hast du gefoodert? Ja, ja Boah Junge, diese Paranoia Hier ist Gold Ja, dafür brauchst du aber Eisen Ich weiß, ich weiß Ja, hast du die Erde gebaut? Welche Erde? Ja, die Erde Nein Boah, Creeper Boah, Alter Hast du die Erde abgebaut? Ich hab mir die Erde abgebaut, aber ich glaube, das ist natürlich entstanden Ja, aber Hey, jemand hat grad die Erde abgebaut Bro Verarsch mich nicht Passt nicht Äh, mach mal die Kohle hier rein Ja, aber hier ist jemand, glaub ich Mach trotzdem die Kohle rein In den Ofen Achso Übel Brain Afka Hier ist noch mehr Eisen Oh, hier ist, Alter, hier ist super viel Hier ist super viel Warte, ich baue nen Weg Pass auf Immer alles safe bauen So ne richtig schöne Schlucht Ja Boah, da oben ist auch noch Eisen Richtig viel Schön, schön, ja Wir werden voll Iron Safe Ich weiß nicht, erste Folge voll Iron Das dürften wir, glaub ich, nicht schaffen, ne Doch Ja, vom Braten her Aber nicht Achso Ich bin doch eigentlich schon Bin unten Alter Boah! Alter, ich wär fast roto gefallen Oh, ich bin so risky Nein, Alter, das ist ein Skelett, Junge Wieso hab ich das wegbekommen Wo? Wo? Ich bin schon ein bisschen tiefer jetzt Boah, Alter, das Skelett Bro, wo bist du? Oh, die Hö- Die Junge, der Schluch- Die Schlucht ist zu riesig Weiter Bro, wo bist du? Nein Komm zurück, komm zurück Da ist halt ein Skelett Wo? Oh, da, ich sehs Das ist halt vom ganzen Eisen Ich sehs Was kann ich holen? Oh come on Wie? 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 ab und zu einfach welche warte lebt die lina ja dürfte ja schön schön mein gott das ist eine flieder hier ist so viel eisen erstell mal vor zwei minuten noch wir müssen uns am ende zusammenstellen kannst du runterkommen beziehungsweise siehst du meine arm bitte zum ofen ja lass doch mehrere aufstellen direkt ich bin noch unten ich weiß nicht mehr zurück ich hab mich gerade gesehen soll ich den ofen jetzt dann einfach abbauen ja nimm ihn mit nimm ihn mit nimm ihn mit hier unten ist viel mehr hier ist eisen noch kohle hast du eine workbench ja komm mal zu mir dann direkt kannst du dann die direkt aufstellen alter wir müssen unbedingt gleich hoch ja ich weiß aber wir brauchen erstmal für die die rüstung der stoff die denkst ja jemand ist tot ist tot killer kuchen alter wir haben so viel eisen junger nimm doch nicht so viel kohle was wollen wir als erstes machen ähm ich mach mal noch meine stein spielzeug ich weiß ich weiß komm lass direkt weitermachen weitermachen wir dürfen unsere eine minute noch ich kann nicht sprinten ich kann nicht mehr hier ist noch ein bisschen eisen ich nehme das noch mit hier ist auch noch eisen eine minute ja ich kann nicht sprinten es könnte uns zum verhängnis werden äh da unten okay gut wir müssen vorsichtig sein also als erstes erstmal eisenbrustpanzer oder ja direkt alles raus looten ich baue die öfen ab gleich bei 20 sekunden komm zum ofen komm zum ofen komm zum ofen weißt du wo der ofen hast alter die 15 minuten ging schnell um ja ich weiß ich baue ab ich baue ab okay gut komm lass hier rein hier rein hier rein komm komm zu mir 8 8 8 sekunden komm rein ich baue zu aber nicht mit normal stein doch egal wir haben Varo überlebt bro lol ja ich warte zwölf stunden bis du wieder spielen hast egal schön gemacht wir wollten eigentlich jetzt vor produzieren aber gut schade schade lassen wir mal probieren nochmal rauf zu jumpen ja gleich machen wir gleich gut äh freunde dann würde ich einmal sagen was auch mehr der heutigen Folge Varo ich hoffe was euch gefallen wenn ja lasst einfach eine kleine frische Bewertung da wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt lassen aber da Leute ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tja willst du noch was sagen? Tschüss